Furz Boaaat! Boaaat! Zu Wababuchachos! Herzlich Willkommen zurück und Wunderschönes Leitschneider zu Rainbow Sexy! Ihr ranked hier bei den Losers, eure Nüsse seien gekrauelt! Und wir zocken auf Kaffee, dass der Erbsgebauermodus zusammen mit Nugget und Abbasalielow! Furz, Furz, Furz! Gekitzelt seien sie auch, ich hab keine Ahnung was ich nehmen soll. Wir nehmen Valkyrie! Oh, Lesion is gone, ist das der Nugget? Nein. Boah, Alter, was spiel ich? Hu, 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 okay, ich glaube ich spiel Frost-Leader-Skin. Oh, Sexy Sexy, Gold 2, eingerankt und jetzt auf dem Weg Richtung Diamant. Genau, Muchacho ist unser erstes Ranked Game nach unserer Platzierung. Und äh, also jetzt muss er nach oben gehen, ne? Also steil, ne? Aber steif. Ganz steil. Ab und auf geht's! Bra! Scooter! So, hier erstmal so ne schöne Bärenfalle hinstellen. Ich hoffe, da macht jemand so ne richtig schöne Arschbäume rein, dass da ne Eier abgekniffen werden. Oh, das wär aber richtig böse. Ja. Aber irgendwie richtig lustig. Oh, richtig geil wär das. Oh, ja. Hier war einer. Okay, wo soll ich denn den Scheiß jetzt hin hauen? Ich würd sagen, ich mach einfach mal hier was denn? Digga, warum rufst du mich ab? Draußen ist Nacht, oder? Oh, hasse ich. Draußen ist Nacht, hasse ich. Ähm, wo steh ich denn meine zweite Trap denn? Mal sitzen wir nicht. Oh. So, nochmal eins. Hier war eine Cam, die mich entdeckt hat. Das wird markiert gerade. Wir haben einen da. Das war oben gebitcht. Nicht die feine englische. Aber ist unser Team, wir wollen sich beschweren. So, dann geh ich doch mal kurz in die Cam. Hier haben wir einen. Der zielt auf die Ostseite. Der sieht ja schon episch aus, das Ding, ne? Welches Ding? Na, die Frostfall hier. Die Trap sieht schon ziemlich böse aus, ey. Ja. Alter Schwede. Oh, oh. Oh, oh. Bin ich gleich tot? Ist Deko gleich tot? Oh. Oh. Also eigentlich sind meine Camps ganz geil. Oh. Drop us up. Zeig mir mal die Camps. Oben sind zwei Leute. Skylight 2, guys. Ah ja, ich seh's. Drei Leute sind oben. Oh, fuck, ey. Hallo. Ich hoffe, wir wollen da nochmal hin. Irgendwo, Red Stairs kommt schon was hoch, oder was? Ja, echt? Hört sich so an. Die sind Red Stairs oben am Drop. Okay, dann werfe ich da C4 raus. Ich renne hoch. Ich hab einen. Please. Hallo. Der letzte ist auch oben am Drop. Warte, ich will C4 werfen. Ja, da machen sie. Danke, das ist tot. Das finde ich gut. Oh. Hallo. Los, Marvin. Hol sie hier. Los. Digga Junge. Wo ist der Lack? Digga. Ich kann mit der Igel ja gar nicht schießen. Ich war eben grad am Drop. Okay, aber das war ein bisschen zu YOLO. Ich merke, dass ich noch nicht eingespielt bin. Du hast gedroppt? Ja, hab ich gehört. Magazinwechsel! Ja, der ist echt am Arsch. Ich will den Legion wegmachen, Alter. Lo, der ist Redster runtergerannt. Und hat eine Clamer gelegt. Wurde grad entdeckt. Scheiße. Geil Junge. Diggi! In dein Exit! Sehr schön, sehr schön. Gut. Hände warm machen hier. Pah! Patsa! Puh! Und wir nehmen directly Buck. Ne, die sind eh nicht dort. Ne, dann nehmen wir was anderes. Ich glaube auch eher, dass die auch Bar sein werden, so wie wir. Deswegen nehm ich Sled. Kapital aussah eigentlich auch ganz geil. Was ziemlich Schwanz ist. Was sollte ich denn dann nehmen? Twitch wäre ne Möglichkeit. Ja. Irgendwas tut Granaten. Du kannst ja auch Finca nehmen. Ja. Nugget hört Marvin sich bei dir auch so scheiße an. Ne, bei mir hört sich der 1a geleckt an. Hm. Geleckt. Dann hört sich bei mir beide scheiße an. Dann liegt's auch an mir. Also anscheinend ja. Also. Vielleicht bin ich das Problem. Hallo bitte. Bitte. Ab geht's. Da sind sie. Da sind sie oben. Okay. So etwas konzentrierter spielen. Wir wollen ja ab und nach oben. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Hallo. Was machen die? Wie sind die zerstörte? Die Kapitel. Das ist gefährlich. Hallo. Sicherheitsbestimmung oder sowas. Du. Ey. Ich hol das Ordnungsamt. Ich. Ich hol. Freundchen. Werd nicht frech. Werd nicht frech. Das geht so nicht. Das. 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 Das ist nicht. Gewiss. Den deutschen. Bau. Äh. Maßnahmen. Genehmigungen. Das. Geht so nicht. Hier ist komplett ein Geländer oben weggemacht. Auf der einen Seite. Was? Ja. Hier. Da. Auf der Seite. Das Geländer ist komplett weg. Alter Deko. Du Roboter. Das. Ich bin Roboter. Ja. Aber. Ja. Aber. Ja. 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 Gut. Na toll. Aber kann man nicht eigentlich von hier aus... Ja. Ah! Der geht in dein Gesicht, Alter! Das war die Strafe dafür, dass sie es nicht an die Bau-Maßnahmen gehalten haben. Bau-Bauregulierung, meine ich. Baumaßnahmen-Regulierung. Okay, es sind zwei tot und ich bin noch nicht mal drin. Dann bei uns mal. Ja, hier ist ein toter Vigil. Hat Finca... Hat der Finca nicht zwischendurch nur zwei von den... Verletzungsassist? Ein Erlebnis-Schub. Fliege, fliegt ihn nach unten, nach unten. Oh. Das ist der Legion, oder? Der letzte... Oh, der Erlebnis-Schub. Oh, der Erlebnis-Schub. Zwei Kills für Papa! Sehr nice. Zwei Kills wieder geholt hier. Sexy! So wird hier durchrasiert, wohl Schadenschuss. Erstes Rank-Game. Es wird wieder geschäft. Kamin soll, oder? Bis mal... Ich werde so geil rausbitchen. Oh, yeah. Obwohl mit... Soll ich... Oh, ja. Oh, ja. Rausbitchen, mhm. Hallo, bitte beruhigt euch. Bitte. Kamin. Ich überlege gerade, ob ich roamen soll, oder ob ich... Ich spiele Clash. Wer von euch raus spielt mit mir zusammen? Hallo? Okay. Oh, go, go, go. Geht's? Ab nach oben. Job zu machen, oder sowas. Okay, machen die schon. Dann bleiben wir hier. Wir machen hier zu. Ich mach das. Hochtrek. Ich mach das. So. So, eine Drohne down. Das Ding ist zu. Das brauchen wir nicht. So, Digum. Komm mal mit. Du kleine Sachen. Ah, warte. Ich muss eben noch eine Wand stellen und Stacheldraht legen. Oh. Soll ich rausbitchen? Nein, sollst du mit mir dann zusammen rausbitchen. Ich bitche jetzt hier raus. Wo bist du raus? In meinem immer, äh, vorne Flussufer. Mit der Pistole. Achso. Und dein Ernst? Alter. Läupt. Wo sind die denn? Aber. Ach du Schitte. Da kommt nichts. Wo ist Marvin? Oben ist Marvin. Und man sieht ja null. Ey, da sind es ja dunkel, dunkel draußen. Ja, man sieht echt gar nichts. Das kann auch mein Problem sein. Oh, hier ist sogar einer. Warte. Nugget, vorsichtig. Hier sind wir zu snacken. Einer zum Fenster. Ja, hab ihn. Das ist Ash. Du hast ihn? Oh, shit. Den würde ich gerade holen. Ist da noch einer? Hier sehe ich sonst nichts. Ah, draußen in dem Auto. Ja, ja, ja. Die Doki. Der Form ist der Kapital, ich habe Angst vor Feuerfallen. Er hat sich hingelegt. Wieso bringst du, hä? Achso, das war die Doki, bin ich noch da. Ich dachte, das wäre die Ela gewesen, Alter. Hä, aber wieso kommt der von hinten? Wo warst du denn? Ich war schon weg. Und Marvin war oben. Marvin war oben. Ich war, ich habe rausgebissen. Und habe verkackt. Hä, das ist aber... Hä, hat dich die Doki geholt oder was? Nee, der Lion. Ich habe die Doki geholt. Ja, das ist... Aber eigentlich. Oh, hast du gehollt oder? Ja, ja. Ja, ich bin mir nicht sicher. Da wäre ein etwas... Ach du Scheiße. Sagen wir ein etwas bestimmteres Vorgehen. Ey, Seco, voll hin. Alter. Das ist die übertrieben schlechteste Runde, die ich jemals gespielt habe. Soll ich die Doki spiel das? Loll, 0-4-Assist, 0-Kills. Läuft mal her. Ich bin noch nicht mal gestorben bis jetzt, glaube ich, oder? Ach doch, jetzt sind wir gerade. Alter, ich bin los. Und schon match mal, muchachos. Was ist hier falsch bei den Kollegen? Digga, ich lasse mich auf jeden Fall carryen. Ja, Marvin ist auf jeden Fall wieder im Chiller-Modus. Der legt die Füße in der Hängermatte hoch und sagt, hier, macht ihr mal. Ich nehme mal jetzt Dokebi und versuche mal... Ne, ich nehme Glatz. Ich versuche jetzt mal ein Kills auch mit Glatz. Ja, jetzt eine Runde mal hier ein bisschen aufwachen. Ist ja unglaublich. Und Fuse? Ich spiele jetzt mit Fuse ohne Visier mit Schalldämpfer. Im Rang. Easy. Schallig so low, Gängers. Up the gate, baby. Die sind wieder oben. Scheiße, ich hatte gehofft, dass sie diesmal in Bahnmuseum gehen. Was soll ich denn oben mit dem Fuse, Alter? Das hat mich auch gewundert, warum das Fuse sind. Das ist schon wieder richtig blöd. Die beiden Fenster könntest du natürlich abfüßen. Ja, ich glaube auch nie irgendwas. In einem unbekannten Land. In einer Biene sehr bekannt. Und diese eine Biene, die ich meine, nennt sich Mario. Kleine, frechte Biene Mario. Bakery, check in, boys. Hallo? Seht gut aus. Ich angst. Wie wurde ich entdeckt? Ja, hallo? Ja? Nicht angst. Haben die eine Weltkrieg dieses Mal wieder? Ich denke schon. Wurde nämlich gerade entdeckt. Und eine Frage, wo sind sie jetzt eigentlich gewesen? Lesesein? Oben, oben. Ganz oben. Da oben. Okay, okay, okay. In der Bar. An der Bar, an der Bar. In der Bar. Da war niemand. Sehr schade, sehr schade. Ich habe hier an der Seite halt richtig Schiss. Nugget, hast du schon mal eine Claim aufgestellt? Warte, ich will da rein füßen. Oh, ja, machen die. Ja, ich schließe das Fenster. Machen die da. Alter. Das ist ja jetzt, da stört Nugget auch noch das Ding, Alter. Naja, abhier dich. Ich glaube, du brennst, ey. Da ist der Legion, Mann. Ja, ich habe zu mal reingefilmt, wo ich rein füßen konnte. Hey, das war es schon? Ja. Die erste Lade wurde nicht von mir zerstört. Also eigentlich wurden beide Ladungen zerstört. Digga, ich spiele einfach. Was ist hier heute los? Der Legion war da. Der Legion ist in Richtung Cigar gelaufen. Cigar, Legion. Take care of it. Take care. Legion da. Legion, da ist eine Flash. Sieht das sonst irgendwie aus? Genau, da ist ein Flash. Aber da war noch der, oder? Nee, also eben gerade waren wir... Du hast dir das Schild zusammengefahren. Ähm, ohren müssen kurz. Wo ist der scheiß Pilz? Warum ist jetzt der Flash weg? Warum? Der ist bei Nugget. Der ist bei Nugget. Das ist bei Nugget. Okay. Das ist bei Nugget. Okay. Das ist bei Nugget. Das ist bei Nugget. Der blitzende Blitz. Ich töte ihn. 15 Sekunden. Ich schwöre dir, ich rasiere das Arschloch vom Blitz. Wieso plantet denn keiner? Die war gut, dass er. Mein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Was ist der denn? Er hört sich nur da an. Links, der ist. GG! Ich glaube, es war auch ein falscher Call. Ja, er war rechts, ne? Er war... Ja, der war rechts. Links, der ist. Lol! Ey, aber das war ganz so ernst, wenn der Blitz zu mir gekommen, hätten wir aufgeräumt. Wohin? Achso, wir kennen ja nur noch... Oh, shit! Da können wir doch sowas wie Echo ganz gut gebrauchen, oder? Ja. Und Clash. Nehmen wahr! Und Clash! Alles daneben geschossen. Du hast 5 Versists. Irgendwas musst du schon getroffen haben. Ja. Ja, ja. Irgendwie so angestreichelt. Aber ich werde mich auf jeden Fall wieder warm zocken vorher. Das war ein ganz großer Fehler. So, ich meine... Was soll ich zumachen? Ich glaube, ich mache hier Kühlraum zu. Also. Ich baue auf jeden Fall Hilfen von euch. Ich muss ja verhindern, dass die... Dass die hier einfach fressen. Hm. Ja. Brauche ich da also jemanden? Ich kann hier chillen. Und sie von der Tür weghalten. Das Problem ist nur, dass hinter mir das Fenster ist. Das... Da muss aufgeräumt werden. Noch 5 Sekunden. Soll ich nochmal bitchen? Ich versuche nochmal zu bitchen. Soll ich gucken, dass ich da... Oder... Ja, wäre es ruhig. Aber ich guck mal, was ich hier so... Machen kann! Nugget hier ist offen, ne? Möglicherweise kann ich dir irgendwie pingen, wo drüben jemand ist. Das Schlecklein, ja. Okay. I try. Okay, sie fangen an, die vorne durchzuschließen. Wo vorne? Nach da. Hier. Der Seite. Oh, da ist doch was. Alter Schwede. Ich hasse Kapital! Digga, er hat sich sein Leben gechillt. Digga, er hat sich sein Leben gechillt. Das Einzige, was der... Kapital ist so ein Bastard, ey. Von der Seite Küche, Kuckuck, 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 Kuckuck. Endlich mal was. Da oben ist auch einer. Mein Gott. Lol. Haben sich selber umgebracht. Lol. Ich denke, Geniuses. Da oben liegt immer noch einer. Hier ist auch einer. Kann sein, dass der verletzt ist. Einer sprügt gleich rein, ey. Der ist jetzt hier nicht mehr. Kapital. Was ist das? Der hat einen Smog-Fall geschmissen. Von links noch einer. Ja, ich bin hier in meiner Echo-Drohne. Der Panting, der Panting, der Panting. Hätte nicht gedacht, dass die da den Scheiß machen. Links, 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 ja. Links wahrscheinlich. Da hinten mit einem blauen Fagenball, glaub ich. Haben wir. Essen von hinten. Geldin, die Fuse. Einen Käppchen, alles plano. Hенный Tribblatt. Alt Kimmicks noch gemacht. Ich bin letzter. Alter Deco Lettel, du Lappen. Wollt ihr mich eigentlich ficken, alter? Ba, 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 ba. Oh, ist das schön. MPGG, dass ich eisgelebt mit 5 kills Letzter bin. Digga, 10 Punkte mehr als Deko, ist das geil, man. Oh, also es war meine schlechtste Runde ever, aber ich wurde hier gut durchgecarried. Das hat mir ganz gut gefallen. Alter, 102 Punkte bekommen. 18% AlphaBeg auch noch. Bevor jetzt wieder alle im Chat ausrasten, wollen wir so viele Punkte kriegen. Machachos, man bekommt mehr Punkte je weniger Ranked-Spiele man gespielt hat. Wenn ihr am Ende schon 50 Spiele gespielt habt, dann hättet ihr noch 20 Punkte pro Game. Das war das erste Game nach dem Einmatchen, deswegen 100 Punkte. Okay, nicht ausrasten, ganz ruhig. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Guckt euch mit den Beschreibungen aus dem Link's Nugget. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal reingauen. Ciao, ciao.